Heyo Leute, was geht? Das heutige Video wird ein wenig kürzer wie die anderen. Wir hatten, jetzt muss ich zurückdenken, letzte Woche eine LAN-Party gemacht. Und da hatten Tremi und ich uns halt überlegt, einfach mal stummstinnig irgendwas aufzunehmen, also kein Gameplay, sondern hier, um einfach mal zu gucken, was der jeweils andere aus dem gleichen Material schneidet. Das heißt, meins kommt jetzt gleich in Anschluss. Ich verlinke euch einmal den Kanal, wenn ich es vorher noch schaffe, den Link zu seinem Video zu kriegen, kommt er mit rein. Tja, und dann viel Spaß! Ich habe wieder einmal mit einer Club Frage gewinnt, weil ich war richtig weiß, du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020